Hallo Viktoria, Markus, Micho und Olaf! Schaut mal, diesen Ort hier kennt ihr schon, der Öschinnensee oberhalb von Kandersteg. Nur im Gegensatz zu unserer Wanderung letzten Sommer seht ihr hier ein paar Eindrücke vom März, genau an dem Tag, an dem der kalendarische Frühlingsanfang ist. Oder mit anderen Worten, der Tag im Jahr, an dem die Geschwindigkeit, mit der die Sonnenzeit pro Tag zunimmt, am höchsten ist. Viele liebe Grüße vom Öschinnensee bei Kandersteg und bis zu unserem nächsten Ausflug, ich freue mich drauf! Sollte 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020